Hä? Der E-Fran. Daniel? Wird der Philipp eigentlich auch mit? Nein. War auch nicht. Der Philipp durfte dann fernschauen. Ja, und? Den Krossgeber... Das ist schon mal 6 in der City oder was? Ja, irgend sowas. Ha! Geil! Ja, eigentlich schon. Na? Ein Elektrikl unten drin. Okay. Ich weiß aber nicht, wer da jetzt der andere gerennt. Irgendwer ist von Elektrikl rausgerannt und hat's nicht gemeldet und ich hab' die Farbe nehmen. Hä? Du hast Vika gewonnen, Sowie. Die ist auf einmal von Elektrikl rausgekommen und ich bin nachgegrennt. Ich hab' jetzt tot liegen gesehen, okay? Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß aber nicht, wer, okay? Mikkel ist aus dem Elektrikl rausgekommen und ich bin ja dann nachgegrennt zum Reaktor. Das war grad jetzt grad. Warte, ich muss mein Handy holen, okay? Ich wollte noch reporten. Ich hab's gewusst, dass der Stefan ist. Er hat nichts gesagt, wie immer. Jetzt, wo der Oxygen kommen ist, hab ich's gewusst, der Stefan muss sein. Das geht sich nicht mehr anders aus. Stefan ist. Stefan ist. Stefan ist. Stefan ist. Stefan ist, haben wir drauf. Mal spitz, denkbar. Im Mongas. 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 Ist der Ölze geworden. Ich hab's nicht Meinung. Stefan. Ich bin für den Stefan. Ich kann nicht, wer? Da. Einmal im Spiel muss man das machen einfach. Ja, Alter, nicht einmal einen Tast darf ich machen! Ist trotzdem lustig. Daniel ist, der ist vom Elektrikli raus und ich bin rein und du hast ein Leichtrangling. Ja, der Stefan ist. Ja, der Daniel. Der Stefan war ein Elektrikli. Ich bin gerade rein, du bist dann raus und du hast es leicht angelegt. Mir ist es scheißegal, wer es ist. Wird sein Stefan raus. Keiner braucht einen Stefan. Der Daniel ist. Der Daniel ist 100%ig. Der Stefan hat selber reportet. Ja, aber nicht. Ja, freilich. Ja, du ihn bitte selber reporten. Ja, du? Nein. Ja. Ich weiß nicht. Ja, freilich weißt, dass du. Nein, der Daniel weiß. Scheiß Stefan. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Wo gehst du mich raus? Ja, wie bist du? Ja, super. Ja, Ui. Anze Stefan, Anze. Mir wurscht, abzug der Stefan ist weg. Mach, Alter. Der Stefan hat fühlt sich weg. War so klar. Echt jetzt? Ja, weil wenn noch mal einer stirbt, haben wir verloren. Ja, der Daniel muss immer fix weg. Darum müssen wir es den Daniel lassen. Papa. Der muss immer fix weg, weil er fühlt sich viel weh hat. Der muss sofort weg. Hat's nassi. Hat's nassi. Hat's nassi. Ja, ich glaub, da war auch nicht. Ja, hat's nassi. Ja, hat's nassi. Ja, tschüss eh. 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 Mika war auch ein Poster oder was? Ja, Mika war dann die zweite, ja. Warum glaub ich, glaubst du war ich für den Stefan, dass er stirbt? Ah, es ist einfach Hip mercantiert. P wheelchair.